Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sammelobjekteaufgabe hier in Forza Horizon 5 und alles was du wissen musst, zeige ich dir jetzt. Und hier am Ende der Autobahn porten wir uns einfach zum Kreisel und wenn wir dann hier am Kreisel sind, stehen hier überall um den Kreisel linksrum verteilt die Kaffeetassen. Die hat schon irgendwie umgefahren, die dürfte nicht zählen. Die müssen wirklich hier so stehen und ihr müsst die direkt berühren. Aber hier stehen wirklich genug. Ich würde sagen, ich mache das Ganze mal hier ein bisschen im Schnelldurchlauf für euch. Hier drin stehen nämlich auch nochmal ein paar. Und ja, ich habe mir gedacht, da nimmt man einfach mal ein Driftauto zu. Und damit haben wir die Aufgabe auch schon abgeklossen. Und wenn dir das geholfen hat, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn du noch mehr Drifts sehen willst, dann solltest du vielleicht jetzt... Ich blende dir hier rechts mal das Aftermovie vom Syndikat an. Da gibt es auch ein paar gute Drifts sehen, die deutlich besser sind als meine. Und damit erst mal Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!